Hi Leute, Felix hier. Ich möchte euch heute was zeigen und zwar ist bei mir ein Paket angekommen und anhand des Logos auf der Box könnt ihr sicherlich schon erahnen, um was es sich dabei handelt. Ja, ein Paket von unserem lieben Paule und was da drin ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe natürlich schon mal reingeguckt, selbstverständlich. Und euch zeige ich jetzt, was hier so alles drin ist. Da hatten wir zum Beispiel als kleine Begrüßung, ein paar von euch kennen den Aufkleber sicherlich schon, ein Zitat von Paul von der Back-to-the-Future-Tor. Ich glaube, den habe ich schon. Es gab ja mehrere davon. Ein Aufkleber zum Abziehen. So, die Kiste legge ich mal beiseite. Das erste, was man hier rauszieht, selbstverständlich ist das T-Shirt, das man sich bestellt hat. Ich habe das Spiegel-Shirt genommen. Für mich war das jetzt keine schwierige Entscheidung, weil das ist natürlich mein Lieblings-T-Shirt. Und die anderen habe ich natürlich auch schon. Ja, und da habe ich mich einfach nochmal für dieses Jahr entschieden. Man konnte wählen zwischen dem Spiegel-Shirt, dem Ports of Life-Shirt und dem Titten-Techno-Trompeten-Shirt. Jetzt kommen wir aber zur Box. Das ist nämlich das gute Stück. Jetzt seht ihr erstmal, wie groß das Ding ist. Ja, hier ist meine Hand. Das ist schon ganz schön groß. Ich finde auch, dass das wirklich ziemlich gut gemacht worden ist, da das ja so glänzt, die Schrift sieht wirklich ziemlich edel aus. Könnt ihr ja wahrscheinlich gerade sehen. So. Na, gucken wir mal, was drin ist. Ja, und da hätten wir natürlich jetzt ganz oben, das wird die Flagge sein. Ich suche das Ganze mal aufzumachen. Das ist natürlich ziemlich groß für die Kamera. Das ist natürlich die große Flagge mit der 10 drauf und dem Kalkbrenner-Schriftzug. Kann man sich schön an die Wand irgendwo hinhängen oder an den Fahnenmast. Wunderschön. So, was kommt als nächstes? Aha, der Ports of Life-Beutel. Gibt es ja auch schon, sagen wir mal, zu jedem Album zu jeder Tour, gab es ja so einen Beutel. Und jetzt gibt es auch mal einen exklusiv mit dem Ports of Life-Design bzw. mit dem Album-Cover. So sieht das Ganze aus. Eine Tasche, ein Beutel. Natürlich nichts drin. Aber das kann sich ändern. Ja, hier haben wir natürlich mit Krimskranz kleine Sachen. Aufkleber in Rot, in Grau bzw. Silber. Das sind die durchsichtigen Sticker. Ja, also transparent. Wenn ihr die abzieht und irgendwo aufklebt, sieht man nur die Schrift. Hier haben wir die neuen Sticker. In einem neuen, wie sagt man, modernen Design bzw. sehr experimentell. Das ist der erste Sticker. Das ist der zweite. Und die Nummer 3, die habe ich schon mal gesehen. Im Paul Kalkbanner Merchandise Profil auf Instagram. Da wusste man aber noch nicht, dass das ein Sticker ist. Das Bild hier, was auf diesem Sticker drauf ist, wurde dann nämlich geteasert. Ja, soviel zu den Stickern. Ich klebe das Ganze mal so hin. Das kennen wir natürlich. Das ist der Ring, der Schlüsselanhänger. Das ist Metall. Sehr schön verarbeitet, muss ich sagen. Ein Pin. Den kennen wir auch. Den gibt es ja seit dem Guten Tag Album. Zum Anstecken. Das sieht man ja nochmal gut. Hier haben wir ein neues Feuerzeug. Anders als die, die wir schon kennen. Die ist nun mit einem langgezogenen Schriftzug. Funktioniert auch. Einwandfrei. Falls man mal Lust hat, sich eine Zigarette anzuzünden. Oder dergleichen. Hier haben wir Pauls Album Guten Tag. Das war die Deluxe Edition. Zwei CDs. Einmal das Album, selbstverständlich. Und ab der zweiten CD, das Roskilde Live Set. Ja, genau. Hier kommt natürlich jetzt, ganz wichtig. Komm raus. Selbstverständlich das Album. Parts of Life auf zwei Vinyls. den Motivkarten. Und natürlich das absolute Highlight in jeder Box. Das persönlich von Paul unterschriebene Autogramm. Mit einem silbernen Edding. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Da könnt ihr sehen, wie das glänzt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es von diesen Boxen nur 200 Exemplare. Falls die noch nicht ausverkauft sind, würde ich euch raten, euch umgehend eins zu sichern. Das alles wirklich ziemlich schick ist. Ja, jetzt habt ihr erstmal gesehen, was jetzt alles drin ist. In der Fanbox. Ja, und das war es erstmal von mir. Bis dahin. Tschüss. 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 Tja, tja.